wird es jetzt gefährlich und jetzt gibt es ein wurf junior kassara im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut sie rücken schön nach bieten sich an wie bitter der ball geht ins eigene tor da der pech eigentor das sieht natürlich immer unglücklich aus noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive